Iggy, 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 a man after... Oh, da seid ihr ja schon. Moinsen bei Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Guide zu Iggy und Scorch. Ich werde euch jetzt hier genau zeigen, wie ich Iggy und Scorch baue. Ich habe gestern den ganzen Tag rumprobiert. Wir haben Theory Crafting betrieben. Und ich habe mir auch sehr viele Builds von anderen Streamern und YouTuber-Kollegen angeguckt. Ich habe die auch gestern noch ausprobiert. Das heißt, von Pizodunzu zum Beispiel, von Joey, von Soul Reaper und noch ein paar andere und natürlich auch ein paar Builds, die es auf dieser Seite hier gibt. Ich baue Iggy auf eine bestimmte Art und Weise und ich werde euch ganz genau erklären, warum. Also schnallt euch an. Ich werde euch bis ins kleinste Detail alles genau erklären, warum ich das so mache und warum nicht. Ich zeige euch auch Gameplay in meinen Gameplays, die ich hier extra hochlade. Also falls ihr euch ganze Gameplays davon anschauen wollt. Das will ich jetzt nicht in das Video hier reinmachen, das würde sonst den Rahmen sprengen, sondern ich zeige euch ganz genau, was ihr baut. Und die Gameplays schaut ihr euch dann einfach in meinen Gameplays an, die ja täglich rauskommen. So, wir bauen Iggy auf mehreren Sachen. Was sind die Schwachstellen von Iggy erstmal? Iggy hat das Problem, dass er einfach gar keinen Escape hat, außer seine Ulti und die hat halt irgendwie 80 Sekunden Cooldown. Und das ist halt total kacke. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Escape. Wir brauchen ein wenig Sustain, das ist ganz wichtig, weil wir eben keine Möglichkeit haben, von Gegnern wegzukommen. Nicht nur, um nicht gegankt zu werden am Anfang auf der Lane, sondern auch, wenn man im Teamfight ist, wenn ein Chimera einen anspringt, ein Feng Mao kommt, ein, keine Ahnung, Crunch, ein Uncharged oder sowas. Was macht man dann? Man wird genockt ab, man wird rumgewirbelt, man steht da und man kann gar nichts tun. Also man kann wirklich nichts tun und deswegen muss man irgendwie da wegkommen und eben einfach nicht umgeburstet werden. Also Möglichkeit 1 ist, stellt euch niemals so, dass ihr von dem gegnerischen Offlaner, Jungler oder ADC oder Midlaner attackiert werden könnt, sondern bleibt immer so ein bisschen außerhalb, probiert da wegzukommen und schaut, dass eure Türme immer richtig stehen und dass ihr von außerhalb reinwerfen könnt. Und wenn ihr aber angecharged werdet, dann fightet um euer Leben und versucht, möglichst lange wegzulaufen. Ich meine, wozu reitet Iggy auf einem kleinen Dino-Pferd? Keine Ahnung. Damit er weglaufen kann, aber er kann nicht so gut weglaufen, das ist sein Problem. Also tun wir was dagegen. So, das ist die größte Schwachstelle, die er hat. Das heißt, wenn wir ihn auf Glaskanone Damage bauen, wird es ziemlich, also wenn die Gegner ein bisschen nicht dumm sind, ja, ab, äh, ja, ab einem IQ von 75, sage ich jetzt mal, aufwärts, werden die wissen, dass ihr nicht weglaufen könnt und die werden euch totbörsten. Sobald die das einmal gemacht haben, werden die das immer wieder tun und deswegen müssen wir das Deck so bauen, dass Iggy eben geil ist, den maximalen Damage macht, bei maximaler Lebensdauer. Das ist unsere, äh, Philosophie bei diesem Bild. Also, was machen wir? Erstmal die Skills. Welche Skills skillt ihr? Machen wir es kurz. Ihr fangt mit dem Molotov-Cocktail an, skillt als zweites die, äh, die Öllache, um ein bisschen Escape zu haben. Als drittes erst den Turm, dann geht ihr wieder auf den Molotov-Cocktail, dann nochmal auf den Turm, dann eure Ultimate und dann macht ihr eben den Molotov-Cocktail voll. Macht dann eure Türme voll und macht dann eure, ähm, eure Öllache als letztes voll. Ihr müsst das ja eh immer im Wechsel skillen, ne, aber damit ihr es jetzt seht. Also erst Molotov-Cocktail, den Turm und dann die Öllache generell. So, ähm, natürlich die Ultimate auch immer skillen, wenn ihr sie skillen könnt für die Anfänger unter euch. Also, welche Crests wählen wir aus? Wir haben mehr oder weniger ein paar zur Auswahl. Ich würde euch empfehlen, nicht unbedingt Tempest zu bauen. Es gibt euch zwar Leben und Damage und sowas, ist aber eher für den Nahkampf gedacht, deswegen finde ich das nicht gut. Eigentlich gibt es nur zwei, die man wirklich bauen sollte, beziehungsweise man könnte auch den Typhoon bauen, aber die Stats darauf, ja, sind irgendwie nicht so mega krass. Allerdings, wenn man mit Basic-Attacks die Leute angreift, äh, dann kann man halt auch mal kurz weghüpfen, dass man einen kleinen Escape hat, ne. Also wenn man, ich glaube, vier, äh, vier Stacks, genau, vier Stacks hat, dann kann man einmal springen. Ist nicht schlecht, kann man auch benutzen. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit diesen zwei Crests. Ähm, wenn ihr also Gegner habt, wie zum Beispiel, also jeder, der ne krasse Ultimate hat, wie nen Howlzler, der über euch fliegt und euch abballert, ne Gadget-Ult, in der ihr stehen bleibt, ne, äh, Gideon-Ult, in der ihr stehen bleibt, eine, ähm, was gibt's denn noch? Ähm, also alles Mögliche, was euch ultet, ähm, ne Morigesch-Ulti oder eine Kira-Ulti oder sowas. Alles, was über Zeit ist, wo ihr drinnen stehen bleibt und nicht raus könnt, weil ihr ja keinen Escape habt als Iggy, benutzt ihr bitte den Stasis-Stein, der macht euch nämlich für zweieinhalb Sekunden unverwundbar und dann könnt ihr kurz ausharren und eben die Situation überleben, weil da bringt euch alles andere eigentlich auch nichts. Ansonsten benutzt ihr für alles andere den Soul-Beer-Rod, den finde ich ziemlich nice, der gibt euch nämlich 20% Magical Lifesteal, der gibt euch ein Schild für 25% eures maximalen Manas und, ähm, ihr bekommt 10% Movement Speed, das heißt, ihr könnt weglaufen, bekommt ein Schild und bekommt noch Lifesteal, was ziemlich geil ist, um im Kampf zu bleiben und das Ganze geht 8 Sekunden lang, 8 Sekunden ist schon krass, ihr bekommt auch sehr viel Mana dazu, ihr bekommt sehr viel, äh, was heißt sehr viel, ihr bekommt Schaden und Cooldown Reduction. Also sehr, sehr geiles Item auf Iggy meiner Meinung nach, gerade mit dem Movement Speed, ihr könnt von den Gegnern weglaufen, kriegt Lifesteal, ihr könnt die in einem One-on-One besiegen, weil ihr müsst wissen, wenn ihr in Stasis seid, zweieinhalb Sekunden, das bringt euch halt nicht viel, weil in der Zeit könnt ihr halt selber auch nichts machen und in einem One-on-One könnt ihr den Gegner halt damit auch nicht besiegen. So, ähm, wenn ihr jetzt ins Game rein startet, empfehle ich euch, den Orb of Growth zu bauen. Warum den Orb of Growth? Er gibt euch alles, was ihr braucht, um mit Iggy und Squatch, ähm, starten zu können und zwar gibt er euch Schaden, er gibt euch einiges an Leben, er gibt euch einiges an Mana und ein bisschen Cooldown Reduction und wenn wir zwei Sachen brauchen am Anfang, dann ist es Leben und Mana. Das ist so wichtig, weil ihr müsst eure Wave die ganze Zeit pushen und das ist ja auch eine der Stärken von Iggy, dass ihr den Gegner die ganze Zeit poken könnt, ohne dass er da was gegen machen kann, also selbst wenn ihr auf der Offlane oder auf der Midlane spielt, ihr könnt ja die ganze Zeit den Molotow-Cocktail auf den Gegner werfen, was will der dagegen tun? Also, wenn, sobald ihr trefft, trefft ihr nun mal und ihr könnt es auf die Minions machen, was sehr, sehr geil ist. Dafür braucht ihr auf jeden Fall sehr viel Mana und ihr braucht, ähm, ja, auch Leben, um eben nicht zu sterben. Und das Geile ist, ihr kriegt hier Bonus-Erfahrung, das bedeutet, ihr levelst schneller als der Gegner und wenn ihr 500 Bonus-Erfahrung gesammelt habt, dann, äh, entwickelt sich dieses Item und ihr bekommt dann nochmal extra Stats pro Helden-Level. Das heißt, am Ende bekommt ihr nochmal, ähm, also zwei Magical Power, zehn Leben, 20 Mana und ein Ability Haste pro Level, also zweimal 18, 36, 36 Magical Power, ähm, 180 Leben, 360 Mana obendrauf und ein Ability Haste, und allein so viel Mana ist halt sehr krass für Soulbeer, weil der euch halt ein Schild gibt für 25% eures Max-Manas. Übel geil, ja, in der Kombination, übel geil, also gibt's sogar am Ende irgendwie 91 oder 92 Damage oder so. Ähm, also, ordentlich starkes Item, meiner Meinung nach. Ähm, genau, und immer wenn ihr ein Ability castet, dann kriegt ihr 4% eures Missing Health, also eures verlorenen Lebens, 4% davon kriegt ihr wieder, immer wenn ihr eine Ability castet und ihr könnt ja alle 4 Sekunden allein euren Molotov-Cocktail werfen, ihr könnt dreimal euren Turm stellen, ihr könnt das Öl machen, ihr könnt eure Ulti machen, ihr habt die ganze Zeit Attacken am Spam und bekommt die ganze Zeit Leben wieder und das ist halt ziemlich geil und das Item gibt euch halt ja auch Leben obendrauf. Okay, als zweites Item würde ich euch zwei Dinge empfehlen. Ähm, ich empfehle euch aus erster Hand den Megacosm. Warum den Megacosm? Der gibt Damage, der gibt euch nochmal mehr Mana, was ihr braucht, außerdem kriegt ihr mit dem Soulbeer mehr Schild, je mehr Mana ihr habt, was sehr geil ist, und ihr kriegt Ability Haste, weswegen ihr öfter eure Attacken machen könnt, weswegen ihr euch öfter wieder heilen könnt, was sehr, sehr geil ist. Ähm, ich baue den, weil der macht prozentualen Schaden an allen Gegnern, denen ihr Schaden macht. Das heißt, jeder Frickel, der durch euer Öl läuft, der durch euer brennendes Feuer auf den Boden läuft, der von euren Tower gehittet wird, der verliert über 3 Sekunden 3% seines Lebens, seines Max-Lebens, und das ist halt auch ein Tank-Shredder. Momentan ist Meta, äh, Leben ist Meta, also es werden viele Builds gebaut, wo man sehr viele Leben hat, und dafür bringt das Item eigentlich sehr, sehr viel. Ähm, ist ein sehr, sehr geiles Ding. Jetzt könnte man sagen, okay, bau doch was anderes, wenn keine Tanks im Gegnerteam sind. Ähm, oder wenn niemand auf Leben baut, dann bau was anderes, ja, kann man machen. Hab ich auch schon mal gemacht, ich hatte mal ein Team, wo keine wirklichen Tanks drin waren, und ich hatte trotzdem nicht so viel Damage gemacht, wie mit einem Megacosm. Ähm, alternativ zu Megacosm kann ich euch aber auch zum Beispiel die Wraith-Leggings empfehlen. Die sind geil, weil die geben euch Schaden und Penetration, und, ähm, ihr bekommt Movement Speed dazu, wenn ihr eine, ähm, wenn ihr Schaden an einem Gegner macht, was ihr ja die ganze Zeit macht, kriegt ihr 80 Movement Speed für 1,5 Sekunden. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit umherlaufen wie so ein Kranker, und ihr macht nochmal 15% mehr Magical Damage bei Gegnern, die unter 40% sind, was auch nochmal sehr, sehr strong ist. Also, Wraith-Leggings auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geiles Item, ähm, ja, könnt ihr mal testen. Meiner Meinung nach, mit Megacosm hab ich irgendwie mehr Fun gehabt, aber die Wraith-Leggings auch ein sehr, sehr krasses Item auf Iggy und Scorch. Was man auch bauen kann, ist das Spirit of Amir, ähm, hab ich mal getestet, war in Ordnung, hab ich getestet, weil's neu war, war in Ordnung, aber würde ich jetzt nicht als Best Pick auf Iggy bezeichnen. Gibt Schaden, gibt euch auch ein bisschen Lifestyle so, was ganz cool ist, ähm, und ja, ihr kriegt auch ein bisschen Movement Speed, das heißt, ihr könnt auch vor Gegnern einfach weglaufen, die können nicht schneller sein als ihr, wenn sie nicht selber Movement Speed gebaut haben, und ihr kriegt immer noch Mana dazu, wenn ihr ein gegnerisches Minion oder ein Gegner tötet, kriegt ihr auch ein bisschen Mana dazu. Und wenn ihr im Jungle seid, kriegt ihr nochmal 6% Lifestyle, und wenn ihr außerhalb des Jungles seid, nochmal 8% Increased Magical Power. Also auch ein geiles Item, was man auf Iggy bauen kann, ähm, aber für meinen Bild, den ich hier baue, äh, hab ich das nicht benutzt, aber trotzdem könnt ihr es im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, mein, mein, äh, wenn, wenn ihr sehr viele krasse Tanks im Team habt, ne, zum Beispiel Support Rigdor, auf der Offlane ist ein, ähm, keine Ahnung, ein Greystone oder Crunch oder sowas, und auf der, äh, im Jungle ist noch ein Rampage oder sowas, dann baut auf jeden Fall auch Caustica. Warum? Caustica macht, äh, 20% Magical Penetration, wenn du über 50% maximales Mana hast, ähm, kriegst du nochmal 20% Magical Penetration obendrauf. So. Das heißt, äh, 20% Magie Penetration, das heißt, euer Schaden ignoriert die Rüstung des Gegners und macht deshalb mehr Schaden. So. Ähm, und wenn du unter 50% Maximum Mana bist, kriegst du 1% Mana Regeneration pro Sekunde, und da wir ja eigentlich relativ viel Mana haben, bringt das auch was. Also dann würde ich das nämlich hier als drittes Item bauen, wenn sehr, sehr viele Tanks im Gegnerteam sind. Ich rate aber meistens von dem Item ab, weil es gibt keine weiteren Stats, es gibt nur Flat Penetration Damage, es ist nur Damage und, ähm, es ist sehr kacke zu bauen, dieses Item, also man muss sehr teure Items bauen, T2-Items, um dieses Item hier bauen zu können. Deswegen ist es nicht ganz so easy, damit zu spielen, aber behaltet das mal im Hinterkopf, ähm, wenn das Gegnerteam komplett voller Tanks ist, baut das. Ansonsten geh ich nämlich weiter und baue den Dream Binder. Warum den Dream Binder? Erstens, der gibt uns 90 fucking Damage, was krass ist, 350 Leben, was krass ist, weil je mehr Leben wir haben, desto länger sind wir im Fight, desto öfter werden diese 3 Sekunden vom Megacosm getriggert, und die Gegner verlieren mehr Leben. Und je mehr Leben wir haben, desto mehr heilen wir uns mit diesem hier Missing, ne, äh, restores 4% of Missing Health over 3 seconds, ihr wisst. Je mehr leben wir also, ähm, ja, 4% der Leben, je mehr prozentual Leben wir verloren haben, desto mehr regenerieren wir natürlich wieder, und da ist es halt sehr, sehr geil, mehr Leben zu haben. Und, ähm, wir haben 15% Tenacity, das bedeutet, Stunts halten 15% kürzer, wenn sie uns treffen, was auch sehr, sehr cool ist, das heißt, wenn ihr 100, 100, äh, keine Ahnung, 100 Sekunden gestunt seid, jetzt mal als blödes Beispiel, dann, oder, oder 10 Sekunden gestunt wärt, dann seid ihr jetzt eben nur noch, äh, 8,5 Sekunden gestunt, was sehr, sehr geil wäre. So, weil Stunt bringt Iggy um, wir wissen es, das hat unsere Oma schon immer gesagt, Stunts bringen Iggy um, und deshalb brauchen wir das. Und, was der, der geilste Effekt an dem Ding ist, ihr könnt alle Gegner slowen, da wir ja AOE-Flächenschaden machen und die Türme ja die ganzen Gegner abknallen, werden die die ganze Zeit geslowed und bis zu 25%, wenn sie durch euer AOE laufen, durch euer Öl, werden sie auch geslowed, ähm, und kriegen nochmal 10% Slow um drauf für eine Sekunde, das bedeutet, Gegner wollen euch hinterherlaufen und sie kriegen einfach die ganze Zeit Schaden und können eben geslowed werden. Ihr könnt Gegner damit chasen, ihr könnt Gegner von euch weghalten und ihr könnt einfach das ganze Gegnerteam abfacken mit diesem Ding. Krasses Item, sehr, sehr geil auf Iggy und Squatch. Als nächstes gehe ich auf den Worldbreaker. Warum gehe ich auf den Worldbreaker? Warum ist er so weit unten und warum kann ich ihn jetzt nicht nach oben ziehen? Äh, Moment. So. Ich gehe auf den Worldbreaker als viertes Item. Warum der Worldbreaker? Der gibt uns nochmal ein bisschen Damage dazu, 55 ist jetzt nicht so krass wie hier die 90 von ihm, aber er gibt uns nochmal 300 Leben und nochmal 30% Tenacity, das heißt, wir haben 45% Tenacity, das heißt, Stunts halten nur noch halb so lange und Stunts bringen Iggy um. Das Leben haben wir wieder drauf, um uns noch krasser hochzuhallen. Sehr, sehr geile Sache. Ähm, wenn ihr magischen Schaden an Gegnern anrichtet, dann, ähm, wird euer magischer Schaden um 3% erhöht, Stacking up to 5 times, ähm, für 5 Sekunden. Also, ihr müsst 5-, ihr müsst 5-mal Schaden machen, dann macht ihr 15% extra Damage und das ist sehr, sehr geil, da ihr ja sowieso Tick-Damage die ganze Zeit macht. Und, genau, also ihr macht dir 15% nochmal mehr Damage und ihr kriegt, ähm, 4% von eurem Bonusleben als Bonus Magical Power, ja? Also, sehr geil, je mehr Leben ihr also habt, desto mehr magischen Schaden macht ihr und wir haben hier Leben drauf, jede Menge, wir haben hier jede Menge Leben drauf und wir haben hier jede Menge Leben drauf und das erhöht nochmal unseren Schaden, ja? Also, das Item ist eigentlich stärker, je später wir es bauen, desto stärker ist dieses Item, ähm, und da wir hier unsere ganzen Leben und Schaden und so schon gebaut haben, ist das hier eine sehr, sehr krasse Sache und wir slowen die Gegner an der Stelle ja auch schon, ähm, sehr, sehr geiles Ding. Ähm, und als letztes Item, bauen, also es gibt noch ein Alternativ-Item, was man bauen kann, ähm, das ist hier die Oblivion Crown, die kann man theoretisch auch noch bauen, warum kann man die bauen? Die gibt 120 magische Kraft, was krass ist. Increase your Magical Power bei 15% und your next instance of Ability Damage against an Enemy Hero will deal additional 10% of their current health as Magical Damage. Das bedeutet, falls ihr jetzt hier seht, ihr seid, ihr werdet eigentlich gar nicht mehr gekillt und Gegner können gar nichts machen, dann baut dieses Item als letztes Item, weil, ähm, ja, wenn ihr eh nicht sterbt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr ein relativ ausgeglichenes Match habt, und damit sind wir auch beim letzten Item, was ich bauen würde, dann könnt ihr eben den Live-Binder bauen. Den baue ich sehr, sehr gerne, weil der eigentlich Fun macht. Der gibt euch nochmal 300 extra Leben, 80 Damage und 18% Lifesteal, Magical Lifesteal, was, also, hier nochmal Leben zu haben, Iggy ist fast unsterblich und dann kann er sich noch mit Lifesteal hochheilen, plus die extra Leben von dem Ort, wo ihr euch hochheilt. Und hier kriegt ihr nochmal, ähm, Ability Haste pro 50 Magical Power, die ihr habt. Das heißt, ihr könnt eigentlich die ganze Zeit eure Türme werfen, Öl machen, äh, euer, euer Rechtsklick Spam. Ihr müsst ja wissen, Ability Haste ist ja nicht nur was für, äh, Supporter oder sowas, sondern je mehr Ability Haste ihr habt, desto öfter könnt ihr natürlich euren Rechtsklick werfen, euer, euer Feuer werfen. Desto schneller könnt ihr euch heilen, desto mehr zieht ihr den Gegner mit Megacosm ab, desto mehr könnt ihr die Gegner slown, ähm, desto schneller baut ihr eure Stacks mit Worldbreaker auf. Also es ist auf jeden Fall krass, dieses Bild. Ich kann euch das nur so empfehlen. Iggy ist danach kaum mehr zu töten. Ähm, äh, wenn ihr seht, es gibt Gegner, die gegen Leben gehen. Zum Beispiel die Gegner bauen einen Skysplitter, ähm, und solche Sachen. Also da gibt's ja Waffen, die machen prozentual an eurem, an eurem Leben Schaden. Je mehr Leben ihr habt, desto mehr Schaden sind. Oder zum Beispiel hier, der Gegner baut auch ein Megacosm. Dann könnt ihr auch, ähm, ein paar Lebensitems rausnehmen. Dann könnt ihr zum Beispiel, ähm, statt, wie gesagt, dem Dreambinder, könnt ihr dann auch die Race Leggings reinnehmen, dass ihr nicht so mega viel Leben baut, weil davon profitieren ja deren Items, ja. Also dann, das ist so eine Sache, die ich sagen könnte. Dieses Bild baut auf Leben auf. Wenn Gegner euer Lebensbild auskontern, dann variiert mit diesen vier Items, die hier unten sind, damit ihr eben nicht so viel Leben habt, ne. Das würde ich euch dann empfehlen. Ja, anstatt Livebinder baut ihr dann das da. So hier rein. Ähm, Dreambinder würde ich euch eigentlich empfehlen, drin zu haben. Ähm, ja, statt Worldbreaker könnt ihr dann zum Beispiel auch die Leggings reinnehmen. Das wäre dann so eine Damage-Alternative. Und wenn die Gegner noch krass viele Tanks haben, dann könnt ihr das reinnehmen. Ja, also variiert aus den Items ein bisschen. Ihr habt jetzt das Bild gesehen. Ähm, das Originalbild verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt nochmal einen kleinen Gefallen, den ihr mir tun könnt. Wenn ihr auf das Bild geht unten in der Videobeschreibung, da kommt ihr auf die Seite von Omida.City. Die ist eine sehr geile Seite, da könnt ihr Builds angucken und so. Gebt doch meinem Bild bitte einen Daumen hoch, damit ihr ganz vielen Iggy und Scorch-Spielern helfen könnt, ähm, den Helden cool zu spielen. Und ihr würdet mich dann natürlich weiter nach oben in der Liste katapultieren mit meinen Builds. Das gibt mir ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht, ähm, stößt dann der eine oder andere auf meinen Channel, auf meinen Twitch und, ja, würdet zuschauen. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jo. Ähm, das war's vom Iggy und Scorch-Spielt. Wie gesagt, Gameplay verlinke ich euch jetzt mal da oben. Klickt mal da drauf. Da findet ihr Gameplay zu Iggy und Scorch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und haut rein. Und bis dahin, stay prime. Ciao.